Der Entwurf unseres Wahlprogramms liegt nun vor. Es muss und es soll diskutiert werden. Denn mit diesem Wahlprogramm werden wir die nächsten vier Jahre Politik machen. Im Bundestag, in den Landtagen und in der Kommune. Das Wahlprogramm wird Antworten darauf geben müssen, wer für die Krise zahlen soll, wie unser Schutzschirm für Menschen aussieht, was unsere Antworten auf den Sozialabbau aller anderen Parteien sind. Zu denken ist dabei an das Gesundheitssystem, das Rentensystem und die Fragen der sozialen Sicherheit. Das Wahlprogramm wird auch Antworten geben darauf, wie wir uns vorstellen, Rassismus und Faschismus zu bekämpfen. Und es wird ein lieler Faden durchziehen, damit Entgeltgleichheit zwischen Mann und Frau endlich hergestellt werden kann. Jetzt sind wir alle gefragt, Hinweise, Bemerkungen abzuliefern, damit das Wahlprogramm im Juni dann beschlossen werden kann.